Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, ich bin es wieder euer Jokermeister und wir spielen wieder das actiongeladene und fantastische Far Cry 6 Leute. Und heute werden wir mal ein Grand Premium Rennen machen, genau Leute. Also, ich werde euch mal ein paar Tipps zeigen, wie ihr Rennen schnell gewinnen könnt und wie ihr schnell diese Schätze von diesen Rennen gewinnen könnt. Dann zum Beispiel neue Autos, neue Waffen, neue Gegenstände und so weiter Leute, genau. Abonniert jetzt den Kanal Leute, denn in den nächsten, also paar Videos, dann halt in der nächsten Zeit werde ich noch sehr viel mehr von diesen Videos machen, die euch helfen. Also, viele neue Sachen in Far Cry 6 zu erhalten, genau. Hier haben wir so ein bisschen Fleisch jetzt zur Abfexung. Gut, dann beginnen wir mal Leute. Oh, das wird jetzt cool. Schriegst du auf mich oder was? Kommst du? Opa, genau. Jetzt geht's los. Wow, das ist ja ein richtig cooles Rennen. Ey, was war das denn jetzt? So, hier geht's mal nach rechts. Cool. Cool. Der Saschlo hat mich zweimal getroffen, also das musste wirklich jetzt nicht sein. Oh, jetzt geht's aber ab, genau. Das war ja mal was jetzt. Gibt Gummi da nicht, genau. So, jetzt hier. Gehen wir aus der Optik, genau. So, jetzt ein bisschen links und wieder ein Sprung hier. Und zack, Leute. Genau, sieben Sekunden Vorsprung, Leute. Das knacken wir mit links. So, gehen wir aus dem Weg. Das war knapp jetzt. Naja, nur nicht einfach Hühner auf dem Weg. Naja, kein großes Hindernis. So, genau, durchs Wasser. Und dann den Bergsteil ab hier. Ah, das ist ja alles voller Matsch hier. Man spürt ja vormlich, wie das alles hier rutscht. So, ein Gefangener. Oder nicht? Zivile aus dem Weg. Nein. Hab ich die Ecke? Ja, ein, schade, aber wollte ich nicht. So, jetzt. Ob, rechts. Geh aus dem Weg, Mann. So. Oh, shit, hab ich den. Gut, das war knapp. Ah, ich hab ja eh Vorsprung, weil ich eh schaffe. So, dann sind wir wieder auf der Straße. Also, ich geb Gas, bin zu wachbinden. Ja, finken, aber das geht halt nicht schneller jetzt. Geh mal weg da. Du Fettsack. So, hier mal nach links dann. Und dann geht's, äh, glaub ich, durch diese Fabrik oder was da ist. Ja. Und ich glaub, hier ist auch Schluss dann. Oh, bisschen Brenzen. Gut. Nee, ich glaub, hier ist noch nicht Schluss. Nee, hier ist noch nicht Schluss. Weiter geht's. So, hier mal durch. Oh, bisschen Brenzen. Gut, das war knapp. Hier wird es eng. Oh, Brenzen. Shit. Und hier ist dann Schluss. Uh, Leute, wir haben es geschafft. Das war doch ganz leicht eigentlich. Cooles Rennen. Rennfahrer bekommt die Medaille sogar. Das war's. So. Das war ja krass, Leute, gell? So, und das war's. Also, wenn das Video euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Gefällt mir lassen. Und dann viel Spaß beim Rennfahren, Leute. Tschüss, euer Joker-Meister.